Anfang dieses Jahres hatten wir schon darüber berichtet. Elon Musk, Weltraumfirma SpaceX mit der Falcon 9-Rakete, hat das erste Mal einen Satelliten mit einer wiederverwendbaren Antriebsrakete ins Weltall geschickt. Jetzt will Europa nachziehen. Die europäische Weltraumorganisation ESA entwickelt derzeit ein mehrfach verwendbares Raumfahrzeug. Der unbemannte SpaceRider soll schon im Jahr 2021 in die Erdumlaufbahn fliegen und dann später wieder auf die Erde zurückkehren können. Was der SpaceRider alles kann und ob Europa damit tatsächlich seine Eigenständigkeit in der Raumfahrt zurückerobern kann, jetzt in Clixoom Science & Fiction. Herzlich willkommen! Am 30. November war es soweit. Die europäische Weltraumagentur ESA hat einen Vertrag zum SpaceRider unterschrieben. Der Plan wird also konkret. Erst einmal geht es noch um die knapp 37 Millionen Euro schwere Planungsphase. Doch danach soll es direkt an die Umsetzung gehen. Denn der erste Testflug vom SpaceRider ist schon für 2021 angesetzt. Der konkrete Plan. SpaceRider wird vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou zu seiner Reise ins All aufbrechen. Das soll mit Hilfe einer Vega-Rakete passieren. Vega ist italienisch und steht für Vettore Europeo di Generazione Avanzata. Also übersetzt so etwas wie fortgeschrittene Generationen einer europäischen Trägerrakete. Es handelt sich dabei um eine vierstufige Trägerrakete für Satelliten, die im Auftrag der ESA entwickelt worden ist. Nach zwei Monaten im niedrigen Erdorbit, also einer Höhe von etwa 400 Kilometern, soll ein Modul des Raumfahrzeuges wieder in die Atmosphäre eintreten und dann möglichst sanft und unbeschädigt auf der Erde landen. SpaceRider soll als Labor fungieren, mit dem Experimente in der Schwerelosigkeit getestet werden. Zudem sollen neue Technologien ausprobiert werden. Technisch gesehen basiert das Projekt SpaceRider auf dem experimentellen Raumfahrzeug iXV. Das steht für Intermediate Experimental Vehicle. Sein Testflug fand im Jahr 2015 statt. Danach landete es im Pazifik. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Bisher hat Europa mit der ESA zwar das Potenzial, Satelliten und so weiter ins All zu schicken. Der Knackpunkt dabei ist aber, sie wieder heil zur Erde zu bringen. Damit hinkt Europa tatsächlich weit hinterher. Mit dem SpaceRider will die ESA also jetzt seine Stellung in Sachen Weltraum-Know-How-Raumfahrt ausbauen. Denn wir haben darüber berichtet, die USA sind da unter anderem mit neuen Akteuren auf dem Markt ganz vorne mit dabei. Unter anderem eben auch Elon Musks Weltraumfirma SpaceX. Vor allem im Bereich der Trägerraketen ist der Kostendruck und auch der Wettbewerb auf diesem Markt enorm gestiegen. Schon im März 2017 hatte SpaceX wiederverwendbare Weltraumflieger ins All gebracht. Und zwar erfolgreich. Die Falcon 9-Rakete war tatsächlich sicher auf einer schwimmenden Plattform im Atlantik gelandet. Nach Musk hatte die Entwicklung solcher wiederverwendbaren Antriebsraketen allerdings 15 Jahre gedauert, höchste Zeit also für die ESA nachzuziehen. Auch deswegen gab es wohl eine weitere Vertragsunterschrift von Seiten der ESA. Zusammen mit ELV will die Europäische Weltraumagentur sich um die Optimierung der europäischen Vega-Rakete kümmern. Und die Pläne auf dem Papier bezüglich des Space Riders sind wahrhaftig optimistisch. Jedes Raumfahrzeug soll 800 Kilogramm transportieren können, also fast eine Tonne. Jedes von ihnen soll sechsmal in den Weltraum geschickt werden können. Pro Flug werden dafür 40 Millionen Euro kalkuliert. Nach Angaben der ESA gibt es auch schon konkretes Interesse an dem Projekt, beispielsweise von Seiten der Pharmaindustrie. Wenn ihr kein Video zur weiteren Entwicklung verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit und dafür draufklicken. Neues Zeitalter, der Raumfahrt eingeläutet, neuer SpaceX-Rekord. Ja, ansonsten bis dann, bleibt dran. Bis dann! Berlin